Dann der Hoffi, auch aus der Forschung, mit einem 100%igen Minun aus der Forschung, 100% Level 15, ich kann nicht mehr reden, der lenkt mich einfach immer ab. Dann der Kenny mit einem Shiny Onyx 760 und darauf hat er ja so lange gewartet, jetzt ist es endlich da, richtig gute Sache auf jeden Fall. Eben geklickert, Glaube Zwischenmarkt und Stolperstein, der Brian mit einem 100%igen Anurid Level 31, das ist auch gut, sehr schön, auf dem Sofa gelandet.